In diesem Video stellen wir Ihnen die neue Visi Coaxbox vor. Die Coaxbox ist ideal für die Verwendung auf Baustellen geeignet, da sie das Coaxialkabel vor Schmutz und Beschädigungen schützt, sowie das Abrollen erheblich erleichtert. Die Coaxbox ist in zwei Varianten erhältlich. Mit dem Vodafone Deutschland zertifizierten Kabel MK96A oder dem Hausinstallationskabel MK91. Am Installationsort wird die Coaxbox in die Abrollposition gebracht. Die Lasche der Kabelauslassöffnung heraustrennen. Als Transportsicherung ist das Kabel an dieser Lasche sicher eingehängt. Die gewünschte Länge des Coaxialkabels kann nun abgelenkt werden. Zur sicheren Verwahrung des Kabelendes befindet sich im oberen Bereich der Coaxbox eine Öffnung. Somit wird das Zurückrutschen des Kabelendes verhindert und ein zeitaufwendiges Suchen bei der nächsten Kabelinstallation entfällt. Bei Fragen oder Interesse an unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.